was genau in diesem video passieren wird ja du machst doch materialien oder so also das war meine erste 130 danke und willkommen zurück zu diesem neuen video und zwar ist es ein ganz anderes format was ihr euch so sehr gewünscht habt ich habe ja so eine abstimmung gemacht auf instagram und auf youtube was ihr als nächstes sehen wollt und dann kam das genau das jetzt was im titel steht denn ihr wolltet mal dass ich ein paar abonnenten überrasche und darüber ein video mache und ja ich hoffe mal ich kann euch mit diesem video etwas unterhalten wenn ja lasst gerne nach oben da und wie wir das ganze machen von ihr seht ja im titel wir wollen heute drei abonnenten überraschen bzw glücklich machen oder etwas schenken und ihr seht rechts oben glaube ich knapp ich mach mal kurz webcam aus so rechts oben habe ich über 300 freunde gerade am start online 459 steht hier dran und sobald ich immer meine lobby auf öffentlich mache sollen wir auch immer leute hinterher so wir werden jetzt meine lobby auf öffentlich machen erst mal den sprach chat aktivieren und dann mal gucken wer da rein und 2000 jahre später power paul mafrosi kannst du sehen hallo hallo was geht synstor weis ich noch nicht mal schauen akke hallo arbeitslos und ist auch drinnen wo treten wir ein offen ist egal also ich trete immer offen sollst du ja wissen ist bestimmt irgendwelche waffen hergestellt haben oder ja ein ja ich könnte auch machen train also ich habe selber jetzt keine großen waffen ich habe eine 130er totengräber das war alles und dann mit donnerwetter büchse auf 130 106 belagerungsbrecher 106 drachengebrüll und eine 106 elektro kann ich auch spenden ja kann ich annehmen ich könnte 130 voll train also heute heute ist es so leute die ersten drei jahr die bekommen von mir was sie wollen ok sie sollen halt ich betreiben 1000 obsidian oder so das heißt ihr dürft euch was wünschen jetzt habe ich die waffe aufgehoben sorry ist nicht schlimm hier also ihr dürft euch waffen wünschen die werde ich gratis euch herstellen es sei denn ich habe die ressourcen gerade nicht da zur verfügung ja du machst doch materialien also also brauchst du materialien oder ja ich bin ja jetzt nicht so einer der akt so aktiv mit rettet ich habe gerade noch 122 malachit und oder robo und robust sein das bräuchte ich zurzeit nur okay warte mal schauen was ich im lager habe du bist echt weit bist in grad total recht weit na es könnte weiter sein komm mal her wo bist du ja ich bin kurz jung hier also das schenke ich dir moment immer du bist sicherheitshalber weiter weg und sicherheitsabstand danke danke ich würde noch was spenden ist egal welches ja ist eigentlich egal die einmal die trommel würde ich noch gern spenden warte kurz silber donnerwetter büchse schicke danke du musst du nicht so viel geben ja das sind so sachen die ich eigentlich so richtig gar nicht mehr brauche und du bist jetzt ein guter youtuber dankeschön ich gehe auch mal so ein bisschen weiter weg THS arbeitsloser dein Name ist episch was willst du haben oder was wünschst du dir denn so sehr hast du Müllkanone ne Müllkanone habe ich dann nicht als Skizze und Rotengräber habe ich als Skizze habe ich nicht als Skizze sondern habe ich als Waffe sorry also Skizze habe ich nicht aber ich habe die Waffe noch da eine davon danke hast du auch noch ein Ding wie heißt es malachie warte und sind glatte eigentlich wertvoll ja glatte glatte brauche ich eigentlich immer aber heute geht es ja an euch ein bisschen was deswegen mache ich das ganze also hier das ist für dich danke noch was was schenke ich dir danke schön Willis? ja könnte ich könnte wenn es die Materialien geben könntest du mir Waffen oder so machen weil ich bin hab noch keine 130er oder 106er Waffen also du willst eine 106er Waffe was willst du denn haben? eine Nocturne ok mach ich dir warte eigentlich könnte ich auch Materialien dafür geben ne das ist in Ordnung ok was möchtest du haben arbeitsloser? was kannst du mir noch geben? was kannst du mir noch geben? was kannst du mir noch geben? was brauchst du denn was brauchst du denn so wichtiges? danke eigentlich Waffen welche Waffe willst du denn so gerne haben? also das war meine erste 130er äh ich könnte dir auch eine Nocturne schenken wenn du willst ja ja dann sag doch was ja aber muss ich hier Materialien nehmen? nein echt? ne musst du nicht hier oh möchtest du dir sonst noch was haben? lohnt sich der Rotstreifen Skin einen Charakter? den was ich habe ja ist halt ein Marodeur also mit äh also Shotgun Spezialist so wie der Raptor ja ok damit kenne ich mich nicht so aus also weil ich versuch das schon seit gestern zu erspielen aber immer wenn ich welche Spieler in meiner Sitzung habe die machen immer direkt vor allen Placen naja also wie gesagt der ist halt ein Raptor den was du aus Sammlungslevel 100 bekommst hast du den schon mal gesehen? diesen gelben Skin nein nicht? dann gibt es auch einen Battery ja den Raptor ja ok ja ok auf jeden Fall hat dieser Soldat halt Kriegsschrei Granate und äh dings äh wie heißt das hier diese Explosivding ja der ist gut der ist gut der ist gut und Penny als Häschen der ist gut ja das ist einfach einfach so ein Job so könntest könntest du äh ich würde dir auch Materialien geben und noch so ein paar Waffen machen ähm sag mir welche Waffen du nimmst ich mach jetzt gerade schon was warte äh nochmal eine 106er Nocturno und äh vielleicht ne Totengräber Tat äh Totengräber habe ich nicht mehr also meine sind kaputt und die benutze ich noch selber ah ok äh ok vielleicht 3 Nocturnos was bräuchtest du dafür ich hätte 16 Malachit ein Spektrolyt ein Spektrolyt ist äh duplizierte Ware das brauche ich nicht ok dupliziert meins ich lass halt also ich lass allgemein die Finger von äh Spektrolyt und so soll ich das wegwerfen also ich weiß ja nicht ob ich denn dafür gewandt kann ist halt nichts brauchbar ne damit kannst du nix anfangen ok warte mal kurz äh ist bei dir ein Lava-Sperling ah da hinten nicht ins Lava-Sperling das kriegst du nämlich wieder zurück arbeitslose hey komm mal her ja boah und hier boah süch danke da haben wir noch einen neuen Tatsumi Oga 47 was kann ich denn für dich tun möchtest du auch was haben hallo hallo ach er kann nicht er kann nicht äh schreiben äh reden er schreibt ich bin how to double pump in scene 5 keine ahnung wer das ist so ähm konnte ich konnte ich ich weiß jetzt nicht was der andere will deswegen egal ähm wollt ihr noch was haben oder äh ja ok noch mehr was wollt ihr denn noch haben ich könnte auch immer Materialien dafür geben wenn du mir Waffen einmachen würdest ich wollte aber keine Materialien heute mal nicht äh ich weiß dann äh könntest du mir ein äh kosten warte äh placken habe ich dir nicht gebe ich dir das hier noch das 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 oh gebe ich dir alles könntest du mir noch so drei nocturnus einen nocturnus zwei nocturnus boah drei weiß ja nicht ob äh ich mach dir zwei ok ok danke irgendwann lass mal sie kurz liegen ja mach ich mach nichts ne er nimmt die an oder ne ich dachte dann würde sie alle nehmen ich hab die schon genommen ich dachte sah grad so aus hey danke ok so jetzt bekommst du noch was was möchtest du haben bekomm ich auch noch paar Waffen ähm was willst du denn so gerne haben hallo weiß ich nicht mhm auch mal noch einen nocturnus willst du noch mal eine haben ich will halt nicht so gültig sein komm ich geb dir noch eine dann hast du dann hast du belagerungsbrecher ja kann ich die eine machen moment dauert nur kurz wirst du wenn du heut das tust wann würdest du in welcher Uhrzeit würdest du es tun mal schauen das kündige ich dann immer an auf youtube ok so ich hoffe ich konnte euch ein bisschen glücklich machen mit den waffen ja ja auf jeden fall ok hast du hast du robuste robuste habe ich nicht mehr so viele leider und glatte die brauche ich selber aber mit glatte kannst du glaube ich sowieso nichts anfangen kannst du mir noch vier waffen am game plus geben weil der hat nur er hat nur 20er waffen warte was brauchst du eins geb ich dir noch für meinen freund paar waffen warte schau mal was ich hier habe das kann ich nicht mehr craften weil der weil der hat nur 20er waffen mit 20er blitz also ich kann dir ich kann dir 58er jetzt gerade machen weil ich nicht so viel jetzt gerade da habe die kannst du auch noch haben wirst ja bei manchen video wenn du videos rausbringst bekomme ich manchmal einfach null eine benachrichtigung ich bekomme manchmal einfach keine benachrichtigung ja das ist youtube das macht youtube gerne auch meistens wie mit hier rot streift habe ich gestern auch nicht bekommen also keine benachrichtigung ich habe keine ahnung warum das so ist hier noch die hier und die hier gut ok dann wünsche ich euch was läuft hoffentlich gefallen euch die waffen und viel spaß damit ja danke auch schon ok dann wünsche ich euch was bis dann äh out irgendwo ich hab dem einen jetzt mal gefragt was er für waffen will du musst halt mal im team chat schauen jo äh ich mach die gruppe raus ne also ich geh aus gruppe raus ja tschüss tschau tschüss viel spaß mit den waffen danke herstellen u